jetzt zeige ich euch mal wie man einen stern zum leuchten bringt das heißt hier habe ich jetzt mal drei kleine sterne aus draht die habe ich fertig gekauft könnt ihr aber auch ganz einfach aus draht silber biegen und gibt auch für kleines geld so kleine leds lichterketten mit batteriebetrieben das heißt ihr wickelt den draht ab manchmal verknotet er so ein bisschen aber wenn ihr aufpasst geht es eigentlich ganz gut und ist eigentlich auch relativ stabil nehmt das eine ende vom draht um es befestigen am ersten stern und dann wickelt ihr einfach macht es die schnelle variante wickelt einfach immer in die ecken rein ein paar mal könnt ihr testen bzw könnt ihr mal testen wenn ihr die lichterketten anmacht ob ich genug glämpchen dran sind sieht doch ganz gut schon aus dann geht ihr einfach oben hin wickelt einmal um die schlaufe drum und dann kommt der nächste stern den nächsten stern geht es wieder dann guckt ihr dass ihr schon ein kleines bisschen stramm wickelt und auch gerade wo die zwei sterne miteinander verbunden sind mit den drähten dass die dort rechts und links ein bisschen vom draht eingewickelt werden damit es gut hält und nicht euch runter rutscht so jetzt kommen wir als letztes stück es wird immer passieren dass es ein bisschen sich verhättet zum schluss aber schnell aufgelöst dann dreht ihr das wieder da fest und dann kommt schon der letzte stern einmal hoch einmal runter dann in der mitte dass sich der untere dass er ein bisschen fixiert wird wieder einmal quer rüber und jetzt wickele ich so lange einfach drum herum bis ich oben seht ihr meistens sind dickere stücke wo dann der draht ein bisschen geschützt ist und auch stabiler ist das heißt hier oben wird ein bisschen rum gewickelt bis ich bei diesem dicken stück bin und versuche noch irgendwie einmal das durch zu kommen und schon auf die uhr noch nicht mal zwei minuten 30 habt ihr eine sternkette wenn ihr die anschaltet super schnell super einfach egal ob dekoration bei euch zu hause ist wenn ihr ein fenster habt in der anderen fenster hängen oder im vorhang einfach hier wunderschön einfach das festmachen wenn ihr das weiße mit einem weißen kleber und sieht man das gar nicht so viel spaß beim nach